Ja, so gebe ich nicht. Ja, diese Lkw hatten wir also mal überfahren. So, da vorne ist Tanzschule von Christiana, aber wegen Korolat können wir nicht mehr. Sonst muss der Papa weiter bezahlen, mit einem Vertrag. Ja, aber ich wünsche mir noch bei dieser Tanzschule. Ich war so schön. Ja, sowieso, aber jetzt ist Su wegen Korolat, komm, wie kannst du tanzen? Ich weiß es nicht, wenn ich gehe weg. Ja, so, geh ich dir da. Ich frage, wir kommen zum Letto, okay? Ich will ein bisschen Letto umschauen. Ist okay für dich? Ja, wenn du Hatschis findest, dann findest du. Ah, Hatschi, Hatschi. Sie hat eigentlich richtig gesagt. Ein Hatschi. Ja, aber jetzt müssen wir jetzt schauen, ob es Hatschi hat. Ja. Weißt du, Hatschis? Ja, weißt du. So, ich packe das Auto hier und dann schauen wir einige. Sehr schön im Platz. So, schön. Ja, sehr schön. Interessant auch. Sehr interessant und sehr schön. Man kann sehen, Schuhaule. Ah, Schuhaule. So. Willst du rein oder willst du im Auto sitzen? Ich nein. Jetzt, ich und du haben keine Maske. Jetzt? Das ist Problem. Problem. Aber darf nicht mit dieser kommen? Hm? Darf nicht mit dieser, muss ich mit dieser. Normale? Ja, mit Normale. Aber diese darf. Oder du kannst nehmen. Aber ich glaube, das darf man nicht nehmen. Muss man mit dieser. Nein, du darfst nicht nur diese. Diese kann schon atmen. Ja. Ja, aber nur normale Masken. So wie. Das sind die gleiche. Ich hoffe, ich finde. Aber nicht die öffnenden Masken.